Margaret, einst eine schöne Frau, sie selbst zerstörte ihr Gesicht, denn sie wollte frei sein. Frauen im Süden Pakistans haben es schwer. Schwester Norris von den Presentation-Schwestern kümmert sich seit zehn Jahren um die Frauen der Kotschi-Koli, eine Volksgruppe, die in der sozialen Kasten-Hierarchie ganz unten steht. Auch innerhalb der Gemeinschaft finden die Frauen wenig Anerkennung. Sie werden nicht respektiert. Den ganzen Tag arbeiten sie. Sie können sich so kaum um ihre Kinder und den Haushalt kümmern. Die ganze Zeit arbeiten sie auf dem Feld. Trotzdem sind sie für den Haushalt und die Kindererziehung alleine zuständig. Doch selbst entscheiden dürfen sie nichts. Schon im Alter von zwölf Jahren werden sie oft mit viel älteren Männern verheiratet. Auch Margaret. Sie war das schönste Mädchen im Dorf. Aus Eifersucht schlug ihr Mann sie hemmungslos. Es gab nur einen Ausweg. Sie verbrannte sich ihr Gesicht. Margaret wollte sich nicht umbringen, nur ein kleines bisschen mehr Freiheit haben. Heute lebt sie mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter in einer einfachen Hütte. Ihr verstorbener Mann hat ihr nichts hinterlassen außer Schulden. Sie war völlig von ihm abhängig. Die Frauen dürfen keinen eigenen Willen haben. Sie können noch nicht einmal ihre eigene Kleidung kaufen, nach Geschmack und Wahl. Oft kaufen die Männer für sie ein, sogar die Schuhe. Deswegen hat Schwester Norris Nähmaschinen organisiert. Die Frauen sind stolz, jetzt ihre eigene Kleidung herstellen zu können. Mit Hilfe der Schwester haben sie ein Stück Selbstständigkeit gewonnen. Die Schwestern müssen die Frauen immer wieder davon überzeugen, dass Schulbildung wichtig ist. Denn nur dadurch haben ihre Kinder Chancen auf eine bessere Zukunft. Grundlage für eine Veränderung, das Bewusstsein schärfen. Damit sie aus dem Teufelskreis aus Tradition, Angst und Unterdrückung ausbrechen können, brauchen die Frauen vor allem eins. Selbstbewusstsein. Auch der Glaube trägt dazu bei. Margaret fühlt sich in der Gemeinde geborgen. Hier erfährt sie den verdienten Respekt, der ihr und allen Frauen mehr Selbstbestimmung ermöglicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017